Wollen Sie unseren Hund kaufen, ne? Mama? Ja? Wir verkaufen jetzt die Hunde. Los geht's! Heute werde ich meinen Hund verkaufen. Die süße Snowy. Ja, ja, da hast du keinen Bock. Aber heute werde ich versuchen, meinen Hund zu verkaufen. Natürlich ist das nur ein Spaß. Spaß! Aber trotzdem mal schauen, wie Leute darauf reagieren werden. Genau, also los geht's! Und Leute, abonniert, wenn ihr brandneu auf diesem YouTube-Kanal seid! Meinen zweiten Horn, Robi, den haben wir ja nicht mitgenommen. Ja, Robi, dich verkauf ich nicht. Nur Snowy heute. Wie liefst du das hier? Das ist ne richtige Kuh! Sidney, Robi ist fett. Robi ist nicht fett. Robi ist Pommeleck! Die würden wir eh nicht verkaufen. Spaß, wenn Robi, Robi, wenn du das siehst. Ich liebe dich, aber andere Leute lieben dich nicht, weißt du? Das ist einfach so, du bist meine Liebe, aber deren Liebe bist du nicht. Und Snowy ist die Liebe von jedem. Sehr schön gesagt Sidney. Ich weiß, das ist so wie ein Gedicht, so wie Martin Luther King. Ne, 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 wie Goethe. Wie Goethe. Wow. Ich werde ein Schriftsteller. Obwohl ich gar nicht schreiben kann. Okay, jetzt verkaufen wir meinen Hund. Wollt ihr meinen Hund kaufen, ne? Ne, danke. Wollt ihr meinen Hund kaufen, ne? Wollt ihr meinen Hund kaufen, ne? Warum nicht? Warum nicht? Die ist süß, die kann laufen, die kann kacken und die kann pissen. Und man kann die schmuddeln. Äh, kuscheln. Oh, ich filme. Egal. Entschuldigung, können wir euch ne Frage für unser Youtube Video stellen? Sie kriegen auch Geld. Guten Tag. Guten Tag. Wie heißen Sie? Mein Name ist... Wollen Sie meinen Hund kaufen? Snowy, sie kann kacken, sie kann pissen, sie kann laufen und man kann die krillen. Äh, ich mein kuscheln. Wollen Sie die jetzt für 10 Euro, jetzt zu kaufen? Nö. Wollen Sie unseren Hund kaufen, ne? Nein, ich will den nicht. Wir können den selben Hund kaufen. Ah, dritter Hund? Nein. Nee? Nein. Der kann pinkeln, der kann laufen, ne? Und man kann ihn krillen. Äh, ich mein kuscheln. Es gibt Leute, die das wollen. Wow, die haben echt einen großen Hund. Ja, haben wir auch. Ich hab Angst. Zur Giraffe. Ah. 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 Garde Sau. Leute, Snowy hat da gerade hingepinkelt. Und jetzt riecht sie an ihrer eigenen Pisse. Was für ein Fass. Ey, wir finden keine Leute, obwohl wir gerade ein bisschen weitergelaufen sind. Ah. 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 Leute, Mann. Da ist wer, da ist wer. Entschuldigung. Wollen Sie mal einen Hund kaufen? Nein, nein. Ich hab einen Hund. Ah. Ah. Ich hasse. Sie mag Hunde nicht. Nee, nee, nee. Sie hasst Hunde. Ich hasse Hunde. Ah, geil. Ah, schon eine geile Frau. Das war Spaß. Ironie. Meine Freunde, das war Ironie. Ich liebe Hunde. Wir werden jetzt austesten, wie Snowy reagieren würde, wenn ich tot umfalle. Weil, wenn jemand Snowy kaufen möchte, dann muss man das halt wissen. Und jetzt schauen wir, weil ich bin in der Vermutung, dass Snowy natürlich gleich zu mir rennt und versucht, mein Herz wieder zum Starten zu bringen. Also lass mal austesten. Ah. Ah. Oh mein Gott. Du kamst. Oh mein Gott. Ich hab dich auch ganz toll lieb. Ja, du wolltest mich retten, ne? Oh mein Gott, was für ein guter Hund. Und ohne sie hätte ich jetzt gerade nicht überlebt. Also, für 10 Euro könnt ihr diesen süßen Hund kaufen. Man kann ihn, wie gesagt, krehen. Ja, das war's eigentlich. Wollt ihr meinen Hund kaufen? Nö. Oh mein Gott, oh shit. Das war absolut unspettakulär, Junge. Fall jetzt noch Amsterdam, Leute. Tiere essen. Ja, danke. Boah, bin ich lustig, oh mein Gott. Ohho. Guck, die sei mit meinen Petren. Gall Sverige. Guck, danke. Wie gesagt, alles gut. Guck. Guck, gut. Guck. Du hast du gesagt, die sei ja nicht so schön. Du hast du nicht, du hast dich. Du hast dich, du hast.